Was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge, machen wir weiter. So, ich bin jetzt bis nach hinten geritten, hab auch den Banner hier mitgenommen, hab davor aber natürlich auch wieder ein bisschen erkundet und zwar einmal dieses kleine Stück hier, oder sogar das große Stück. Jetzt fehlt also eigentlich nur noch von der Erkundung her, nur noch dieses Gebiet hier, ein bisschen hier, wenn die überhaupt noch was ist, und natürlich das Stück, wo hier die Mission ist. Und dann sind wir 100% fertig mit der Map, weil hier ist glaube ich das letzte Stück an Erinnerung. Danach sollte noch ein großes Stück erscheinen, weil ich hab hier oben etwas gefunden, da konnte man aber noch nicht interagieren. Wahrscheinlich kommt es danach frei. Wir haben hier noch einen Affenschrein, lieber zusammen machen, statt wieder reinschneiden. Apropos wieder reinschneiden, ich werde euch jetzt noch zwei kleine Cutscenes zeigen, die habe ich beim Entdecken gefunden. Wer ist denn dieser Schrein? Wer ist denn dieser Schrein? Wer sind diese Schrein? shed implied Ich habe mich nicht gebrochen. Du bist für die Frau, das ist für mich. Ich bin für die Frau, das ist für mich. Ich bin für mich. Frau, die Frau, die Frau, die genau. Die zwei Dinger und habt ihr darauf geachtet, was für eine Stimme der Typ der den vater erschlagen hat ich glaube eine theorie ist immer besser und besser das war richtig eindeutig der satz und die stimmlage 100 prozent also ich glaube noch mehr info kann man nicht bekommen wenn man erkundet also wirklich das 100 prozent jetzt confirmed er wahrscheinlich immer noch nicht 100 prozent weil er dagegen ankämpft aber wir wissen es genau und wir werden das noch zusammen machen genauso wenig hier ist was lustiges passiert da war einer ihr habt ihr auch gesehen in der cutscene was er gesagt hat und da müssen wir auch noch hin denn es gibt eine spezielle interaktion wenn wir uns als talayori mit der rüstung verkleidet da hingehen das ist auch lustig mal gucken was dann passiert aber zuerst machen wir die side mission hier und danach die banner so findet die frau namens sugi oder sugi je nachdem gut hier ist das dorf diebesruhe dorf ok ist noch jemand nee ok du bleibst hier safety first dann nee die sind noch nicht angegriffen worden von den banditen gut dann reiten wir rein aber ich glaube es fängt gleich an 100 prozent oder es wurde hier schon angegriffen ich gehe noch zum leuchtturm ist auch der letzte leuchtturm dann haben wir den auch schon fertig habe ich schnapp mal mit der frau hier da hinten ist noch eine interaktion das kommt vorher wieder eine vision werden unser pferd unser erstes wert ja scheiße ja kann ja 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 ich kann oder ich kann ich kann ich kann ich kann Ja, sogar eine längere Interaktion. Langsam wird es schwerer für ihn aus den Visionen sich freizubrichten. Auch interessant. Was passiert da denn gerade? Okay, ich hab was schon. Gut, gut, alles klar. Geh eigentlich nicht mehr. Keine Interaktion, richtige. Durchfliegen, ne, ne, ne. So, eine Aufzeichnung, cool, nice. Nur noch fünf Stück. Hier ist sonst niemand. Was mit dir? Okay, dann laufe ich weiter, danke. Wir gehen zum Leuchtturm. Ich glaube, da ist auch bestimmt noch was. Vielleicht ist die sogar da. Das wäre lustig. Die bis zum Leuchtturm. Oh, die Mogulen einfach kurz in der Nähe. Ja, moin. Machen wir die weg. Vielleicht ist es deswegen, warum die nicht mit uns reden. Ich habe auch ein neues Stirnband, wie man sieht. Ich habe auch noch überwältigend, wie viele, wie die Rostock-Ups ist das für Entschlossenheit, ey. Crazy. Boah, bei der Feinde zu schießen, macht so Bock, ne. Was kommt denn jetzt? Das war der Satz auch in der, in der, in der Cutscene. Ich sag ja, das ist Tenzos Satz gefühlt. Damn, halten die aus. Good job. Dagegen kommst du selbst nun nicht an, Junge. Oh, das war cool. Flying Kick, ey. Holy shit. Nice. damit haben wir sie so hat jemand hier noch ein bisschen feile für mich das wäre nicht schlecht anscheinend nicht dann nicht gut rauf auf den leuchtturm aufzeichnung nur noch vier stück aber nice unbekannter träger gut und damit müsste erfolg jetzt sein alle leuchttürme im ganzen spiel und die island nichts passiert hätte erwartet irgendwie eine maske wieder oder so anscheinend nicht na gut ist ja auch nicht schlimm man muss ja nicht immer eine belohnung bekommen haben wir schon ordentlich bekommen davor gut dann wieder hoch weiterreden suchen so hier untersuche das schwefende haus was denn ist nicht lang weg warum ja das wirst du jetzt erfahren die laufen immer da vorne verstecken sich in dörfern und dann sind die bürger die da leben die laufen immer da vorne verstecken sich in dörfern und dann sind die bürger die da leben warum fliehen die das war's mit deiner wandel du bist das erstes dran so das war's mit deiner wandel du bist das erstes dran ticker ja ja wasser so der ticker unterbrochen come on und noch mal wunderschön junge unblockbar unblockbar hab ich gesagt ah ja ich sag mir kurz wuchspunkte warte mal ah ja ich hab ja davor in den letzten bambus stand gefunden jetzt krieg ich ja außerhalb des kampfes plus zwei sowie vermutet das ist schon mal richtig nice so erzähl mal so erzähl mal ok ok also der erste teil missionen müsste jetzt fertig sein genau der zweite teil ist irgendwo westlich meinte sie am strand jungen die rüstung ist auch geil von von schnell fahren wir ok halt da stimmt jetzt sind eigentlich sogar manche ähm wer ist das manche kombination sogar jetzt wirklich viable im sinne von weil dieser talisman der neue der verbesserte niedrige talismane verdoppelt die effekte ob das verdoppeln des damages ist einfach nur stumpf oder sogar glaube ich die prozente das heißt theoretisch könnte man prozente verdoppeln durch diesen talisman und dann nochmal die hälfte durch die anderen talismane das darf natürlich von jedem nur eingeben aber man kann bestimmt eine kombi finden die richtig nice ist dafür das ist schon mal schön sehr gut gut schnellreise haben wir hier freigeschaltet und jetzt gehen wir zum sakai banner und von da aus gehen wir oder zu der nächsten mission in der nähe oder erstmal auf die eine insel da war ich auch nicht drauf das ist nämlich die letzte oh ihr seid so nah ihr seid so widerlich ja gut kurz wegballern ich muss echt mehr reiten ich hab denn extra das pferd bekommen ich nutze es aber zu wenig ihr habtники ST stockten bei im im in im im schön schnell waren das alle? ja gut ist die Musik ist immer bestätigt so kurz nochmal hier gucken genau meine Kune ist wenn langsam wenig aber man kriegt zu viel davon das ist so nice ok dann haben wir das jetzt können wir weiter den Weg aufnehmen so ist hier ein Weg oder kann ich abkürzen ach der für zu der Insel da müssen wir gleich noch hin wahrscheinlich einfach nach oben zack 10 mal kürzer sieht aus wie die blaue Farbe und dann Das war's für mich. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte mich für die Beziehung beobachten. Ich werde natürlich auch mit Leewa machen. Es gibt viele andere. Ha, nice. Cooler style. So, schnacken. So, Sakai-Ike. Ich erinnere mich an den Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, leuchtendes Morgengrauen 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 Entschuldigung. Oh, gut. Aber ich kann ihn nicht tun. Ich habe nur das Wort, wenn Sie den Zinem-Sinn geschenkt haben. Okay. Das war's für ein Gehirn. Ich gehe nach bis nach den Kirchen. Ich will sagen, dass ich das Wort zuratsprache oder nicht. Ich habe das Wort, dass ich mir das Wort, wenn ich das Wort nicht aufzunehmen. Ich werde das Wort nicht verletz, dass ich mich nicht behalte. Sehr schön. Gut, dann hören wir mal zu. Noch irgendwas? Ja. Oder was ist das? Aha. Noch irgendwas? Ever. Ich habe keine Dafür! Aber du sief machen will. Aber ich finde das, das ist der Augen. Das ist der Augen. Das ist der Augen. Jetzt hat der Augen einen Tempenspiel. Beim Schmatzen. Du hast die vorigenen. Du kannst dich nicht stöhnen. Du kannst du mir an corden. Das ist ein夢, was du? Du hast du den Schmuck? Aber du hast einen neuen Weg gebracht. Du hast du den Schmuck, wenn du mit dem Schmuck verletzen kannst. Du hast du den Schmuck, wenn du mit dem Schmuck verletzen kannst. Du hast du den Schmuck. Okay, dann müssen wir sneaken. Okay, Rüstung wechseln, auf jeden Fall. Ach, lol. Ja, das geht auch. Erreiche das Suchgebiet. So, speichern. Er hat Waffen, ich vertraue denen nicht. Äh. Okay. Fuck. Okay. Ich bin jetzt hier auch noch ein bisschen dabei. Ich muss sich auf die Kirche zeigen. Ich muss hier sein. Ich muss dich über die Vorderung rausnehmen. Ich muss mich von der Runde rausnehmen. Ich muss mich nicht mehr so sagen. Aber ich kann das nicht damit versuchen. Das ist schon so schön. Ich habe einen kleinen Mord. So, was geht? Was der Hell passiert hier? Scheißdinger ey, man. Wann hört das auf? Da gehe ich gleich hin. Irgendwas hier? Ne. Hier hinten vielleicht. Okay, cool, dass er das sagt, aber ich habe eigentlich nur Blumen geholt. Ja gut. Kann ich nicht mehr reden? Nö. Vielleicht reden die ja. Nö. Anscheinend stillschweigen. Na gut. Gut zu wissen. Hm? Ja, ne? Okay. Oh, Alter, das wusste ich jetzt. Ich dachte, oh nee, okay. Okay. Gut, das war schon mal mehr Info. Hier ist immer noch nichts. Da hinten ist jemand. Hier raus können wir nicht, aber gut. Darf man nicht sprechen? Auch noch nicht, okay. Okay. Ah, zuhören. Bis die Betreuer schlafen gehen. Ja, moin. Wenn das überhaupt passiert. Oh, gut. Die Frage ist, wie? Am Ende seid ihr vielleicht nur Fleisch oder, keine Ahnung, Rohvieh oder so. Oder müsst sogar in die Front. Dann beginnt das Weinen. Wunderschön. Du Kack-Vision. Dann nochmal, geh weg. Oh, nice. Oh, nice. Wichtig. Kann ich noch irgendwas looten, bevor wir gehen? Okay. 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 Sehr schön. Was ist mit dir? Junge, da oben sind noch mehr. Oh, scheiß. Die Mucke. Lebt er noch? Okay. 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 Ja, genau. Vielleicht war es und das war's. Gut, dann wollen wir jetzt nach oben. Die meinte ja, dass ein guter Mann war oder ist. Die Sache ist, wenn er es war, müssen wir gucken, wie wir das jetzt klären können. Ansonsten. GG, ne? Dann gibts halt nur den einen Weg, ihn aufzuhalten. So. Oh. 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 Bis sie sich umdrehen. Und dann gib ihm. Oder ich mach sogar Double File. Wäre auch möglich, aber das wird zu laut. Ne. Come on guys, umdrehen. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Der erste ist weg. So. Jetzt hier hin. Kurz umgucken. Okay, die machen einen Rundkurs. Das bedeutet, wir müssen den da oben killen. Einer weg. Gut. Da sind vier, fünf Leute. Oh. Aha. Okay. So. Wo gehen wir jetzt hin? Wie ist der Weg meiner Patrouille? Okay. Kurs? War das schlecht? Okay. Come on. Jetzt noch um die Ecke. Drauf springen. Beide weg machen. Okay. Oh mein Gott. Das war Lucky. Ben hat's gehört. Oh mein Gott, das war Lucky. Das ist scheiße. Nee. Da muss ich einen Triple Shot eigentlich machen. Oder. Ja. Das geht nur so. Das wird nicht anders gehen. 100% nicht. Wie gehe ich daran jetzt? Ich kann aber einfach schnell ballern und fertig. Nee. Besser. Sehr gut. Schönen Ablängen. Perfekt. Genauso. Gut. Dann sind die einfach drin gespawnt. Okay. Random. Wie komme ich da rein? Von der Seite nur. Okay. Und rein da. Ja. Der ist ja komplett abspacken. Wunderschön. Der eine ist schon. Nee, nicht tot. Das ist einfach nur ein Laken. Okay. Okay. Nochmal untersuchen hier, was alles ist. Okay. Hier ist eine Aufzeichnung. Nice. Noch drei Stück. Schamanen. Okay. Hier können wir drin lesen wahrscheinlich, was sie gemacht hat. Oder so. Gut. Reden. Was? Mhm. Ja, auf so eine lange Zeit. Ja, auf so eine lange Zeit, immer wieder den gleichen Schmerz zu spüren, ey. Oder Folter. Nicht geil. Oh, Taka. Es wurde schwer. Oh, Taka. Oh, Taka. Oh, Taka. Oh, Taka. Gut, dann müsste es ja gewesen sein. Genau. So, wo sind jetzt denn die Geschwister? Was? Achso, das brauche ich nicht. Und dann, Leute, würde ich sagen, ist auch ein guter Stopp hier. Ein bisschen länger die Folge als sonst, aber auch genau passend. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.